was geht ab meine freundin und herzlich willkommen zurück zu battlefield one wir sind jetzt auf keine ahnung welche map das ist weiß ich gerade wirklich nicht welche map ist das keine ahnung steht das irgendwo da ne krieg im beisaal da war die andere karte ich habe ja denn die scheißflugzeuge kreisen ja schon wieder um so ich bin als sniper wieder unterwegs denn ja ich denke hier als nahkämpfer nicht sowieso wieder nicht so geil wobei als sniper auch nicht aber wir probieren es einfach als muss ich ja spielen die map die habe ich ja mit am wenigsten oder die mag ich ja mit am wenigsten leute da könnt ihr mir auch mal schreiben was sind eure lieblings maps okay ich bin befehls aber hier was geht los da rein so ich renne auch erst mal wieder volle pulle offensiv mit dem snipe und natürlich immer sehr sehr gut ist sondern immer vorteile als neid volle pulle aggressiv zu laufen wo ja und da war der landkreuzer alles klar ich bin tot so dann gehen wir da rein jetzt hier und dann ballern wir von da aus nach c so war mein plan und so war mein grundgedanke und wenn ich das schon wieder sehen er da ganz hinten geradeaus drüber liegt schon wieder irgendein sniper putze im dreck statt schon wieder sehen er krieg schon wieder plack bei fuck jawoll wow no geht doch shit ey der panzer zeig ich zeig dich du sacknase obwohl ich muss nachladen ganz irgendwo hinten auf dem stein lag gerade wieder einer packern und packern 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 Mann! Knallt denn da einer ab da, bevor der mich abknallt? Hinter mir hinter mir hinter mir Wo? Da! Ich bin tot Weg da, Alter Und wieder von hinten reinkommen Hallo? Ach, lass mich doch da hoch, verdammt Ey, ich komm doch nicht hoch, Mann Dann gehen wir ganz hinten rum Obwohl E ist auch wieder nicht mehr unser Punkt Aber ich denke, D ist wichtiger Ach, haben die hier hingeguckt? Fuck! Hat es zu dunkel? Ich hab gedacht, die gucken in die andere Richtung Ich kann die jetzt nach und nach abstechen, aber Fuck! So, dann gehen wir wieder nach D und dann gehen wir nochmal da in den Turm rein Wow, ehrlich? Zwei Schuss, Alter Ja, mehr bist du mir nicht wert Bitch Er ist schon tot Fällt dir ein, Junge Lass mich in Ruhe Ich brauch' einen Medic Ich brauch' einen Medic Ich brauch' einen Medic Geschossen Da geh' ich jetzt hin Von wo der jetzt wirklich geschossen hat Okay So, jetzt hauen wir mal hier ab Und legen uns auch mal da oben auf den Stein Auf dem Stein der Weisen So Aber ich bin, wenn, dann eher Wow Hat er halt Gefällt mir bei Horizon Besser Wie man da Berge hochkommt Jawoll Hat sich gelohnt Leck mich Ah, wie krass das hier oben schallt auf dem Berg Solche Effekte bin ich gar nicht gewohnt Von Battlefield So Jetzt muss ich nur wieder aufpassen, dass die hier nicht von der Seite hochkommen Äh, hier hochkommen Die Sacknasen Die Sacknasen Wieso hab' ich den jetzt nicht getroffen? fakt ihr mich gesehen die den jetzt weg gesnipt oder warum ist er jetzt gestorben mit einer der Ah, fuck. Oh boy, Hilfe. Oh, die Konditore. Nice. Was für ein Bäcker. Jawohl. Okay. So kann man auch mal seine Punkte machen. Wow. Oh lol, jetzt kommen sie dann den Berg hoch. Fuck. Mit zwei Mann. Scheiße. Shit. Aber ey, 10-3. 10-4. Entschuldigung. Aber so kriege ich halt keine Punkte, ne? Ähm. Gehen wir mal wieder als Sanitäter los. Als Sandy in der Hood. Ja, ja. Ja. Nur n'n Ticken daneben geballert, ne? Komm ich da rüber? Jawohl. Oh, haben wir das jetzt hier alle, oder was? Springer da rüber, Alter. Ohne Scheiß. Jawohl. Ja, nach der wollte ich jetzt mal nicht gehen. Ich wollte jetzt mal ein bisschen weiter hier rumlaufen. Und dann gucken wir mal, die mal hier alle flankieren können so ein bisschen. So, den Gedanken hatte ich jetzt. Wow, 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 wow. Ist das ein Feind nah, das meiner? Okay. Okay. Ich habe jetzt gedacht, weil das Vieh, oder das schützt sich so auf einmal so in meine Richtung bewegt, habe ich jetzt gedacht, nein. Also mit meinem Glück würde mich das nicht wundern. Weil das hätte durchaus jetzt so sein können. Jawohl. Okay, den ersten Sniper-Wichser haben wir. Er ist tot. Loll. Loll. Oh, wow. Ah, Atelierwagen. Shit. Weiß ich nicht, kann man da eigentlich die Leute da rausballern? Geht das? Wenn man den durch das Fenster schießt? Leute, wenn ihr das wisst, schreibt mir das mal in die Kommentare. Weil, äh, das wäre jetzt mal wirklich interessant zu wissen. Ob das geht. Aber. Keine Ahnung, was mich jetzt getroffen hat. Auf jeden Fall hat mich irgendwas kräftig getroffen. Gas. Und... Artilleriewagen. Jawohl. Das finde ich schön. Jetzt geht das große Sterben wieder los. Wir nehmen einen scheiß Artilleriewagen. Ficarinos. Ich hasse euch. Artilleriewagen, ey. Ach, jetzt bin ich bei C. Ich hab gedacht, der ist schon da unten. Nein, Gas. Nein. Fuck. Wir haben Einsatzgruppe erobert. Ach. Ach. Sekunde früher umdrehen scheiße ich wollte eigentlich nach F ich hatte gedacht der Panzer ist schon bei F F wie Fick dich Punkt so wie in der letzten Folge oder in der also ein paar Folgen zuvor eine Folge die ich eigentlich heute am heutigen Datum zuletzt hochgeladen die hieß nämlich auch so wo 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 das ein Panzer ist in dem Haus sitzen noch Wir haben Einsatzziel David verloren. Wichser. Okay. Oh shit. Stirb doch einfach, du Sacknase. Jawoll. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Ich brauch langsam ne neue Knarre oder Munition. Das ist ein scheiß Panzer. Wir haben Einsatzziel David erobert. Wir haben Einsatzziel David erobert. Wir haben Einsatzziels. Wo geh ich rein? Eigentlich müsste ich. Äh ich geh mal nach D. Nee, mein F fand ich eigentlich ganz cool jetzt zu gehen, aber... Boah, schaffe ich den zu töten von hier aus? Nee, ich glaube nicht. Ach, hau ab, ey. Ach, ich sehe den kaum, Alter. Wow. Nein. Shit. Ich habe nur den einen gesehen, deswegen habe ich direkt nachgeladen. Fuck, und dann war da noch einer. Fuck it. Alles klar, ich würde behaupten, der holt sich jetzt eh. Willst du mich verarschen? Lol. Wichser. Was ist denn Scheiß? Bleib hier liegen, Düt, ich hole dich. Da habe ich dich. Seferito. Seferito. Nein, 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 von hinten. Ah, fuck. Ach, wieder der, Alter. Barbaron. Scheißtyp. Zweimal aus dem Flugzeug oder beziehungsweise aus dem Panzer und jetzt einmal nur so von hinten angesneakt, der Drecksack. Pestbeule. Im Fahrzeug nicht gut weg. Nein, 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 nicht gut. Bäh. Wo bin ich? Alter, nice. Nice. Nicht gut. Nein. Shit, warum wurde der jetzt abgeknallt, den ich eigentlich Bayonetten wollte. Fuck it. So, ab nach F. Jetzt habe ich aber überlegen, welcher Punkt ist denn das? F. F wie Fickdich-Punkt. Let's go. Nein. Und dieser Punkt ist wirklich Fickdich-Punkt. Ah, und hier gibt's kein Sani, ne? Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Ach, kacke, gibt euch zu wenig Sani's. Ha, ha. Ach, das ist für ein Panzer, ne? Ach, dann hab ich doch hier nichts zu suchen. Wir haben Einsatzziel niedrig erobern. Mose-Kurati? Oh, den hab ich gehehrt. Und ich wohne mit meinem Leben doch noch nicht bestraft. Weg hier. Komm, die Ratten verlassen, das sinkende Schiff und ich komme nicht weg. ach der ist da schon gar nicht mehr gewesen nein da hinten war ein snipe fuck it 2014 die beste runde seit langem war ich wollte nur auf den snipe wechseln nice den punkt haben wir auch wieder erobert oh shit da ist ein panzer und da sind so dudes springt er damit dem fucking schrot rüber alter nein aber da weiß ich auch nicht diese hellfire schrot wie bekomme ich die denn die habe ich nämlich auch nicht wie bekomme ich die wieder da hellfire hellfighter trench kann wie bekomme ich die die kann ich mir gar nicht kaufen oder ich guck mal im drich verloren ich glaube aber nicht naja ich bin level 10 und ich kann mir die sweeper über bord jäger aber ich kann mir nicht die dinge so eigenartig wir haben einsatz ziel gustav kann ich mir hier eigentlich noch neu kaufen ob ich hier noch was ich könnte mir die ja noch kaufen da bin ich ja jetzt eigentlich mit der waffe ganz gut die klasse habe ich glaube ich auch schon komplett fast fast komplett ja da will ich eigentlich zähne haben aber fehlt mir ja noch was wenn wir hier experimentell die ist für ein arsch die war gut aber das könnte ich mir noch mal kaufen graben infanterie können wir uns auch mal kaufen die können wir uns auch mal kaufen so probieren wir dann einfach jetzt habe ich die woche trägt ne scheiße der hat jetzt wieder nur einschuss betrieb weil das ja eigentlich das neid ist okay direkt eine helfer kill stirb ich habe noch eine granate geworfen oder aber nur 15 aber ich laufe um die ecke und schießen direkt erstmal in die bärne alter geil das fand ich jetzt geil die albert verloren 24 17 eigentlich will ich hier nicht rein ach ja gut das ist natürlich quark ne das ist halt wieder nicht so ganz mein spielstil ne aber welche habe ich denn jetzt ich wollte mal die hier haben weil das ist glaube ich dieselbe waffe wie der wie der schweinereiter hat die ist glaube ich eigentlich ganz gut johanna mit der dritte wir haben einsatz ziel david assaltatoren lokalisatoren Jawoll. Hedi, Alter. Alles klar. Ich hab dreimal daneben geballert, oder was? Aber da war jetzt auch wieder das Ding, da dieser Bayonett-Angriff wieder abgebrochen wurde. Scheiße. Hey, 25.19. Geil. So war meine letzte Runde auf dem Play. Ich hab mich gewundert, weil eigentlich war ich auf dem Play. Sie ziemlich scheiße. Deswegen hab ich ja... Ich hab da das ein Baum. Deswegen hab ich ja eigentlich auf dem PC gewechselt. Aber da ist mir auf jeden Fall mal aufgefallen, dass die Grafik auf dem PC wirklich viel besser ist. Wirklich viel besser. Egal, Leute. Naja, 25.19. Ist okay. Kann ich mitleben. Wir sind um den 13. Platz. Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst mir ne Bewertung da. Und ich will hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Bis später. Tschüss.